Darf ich vorstellen, die Brahmusik-Members? Wer denn da noch schlafen, Junge? Checkst du grad ab, was hier geht? Wo ist er da, ey? Scheiße! Bruder, was hier geht? Werli lebt, oder was? Ey, guten Appetit, Bruder! Und der Heko ist auch dabei! Werli lebt, Bruder! Boah, was machst du da die ganze Zeit, Junge? Du bist... Bruder, falscher Knopf! Der Bruder war zu falschen Kaminer. Ganjit! Werli lebt, oder was? Na, guckst du meine Storys, Nathan? Was geht ab, Alter? Hast du gut gepennt? Einfach sieben Stunden drauf geschnitten. Ja, jetzt fliegen wir nochmal, wie lange? Äh, fünf Stunden. Aha! Ja... Gesnipet! Was? Oh, was ist das? Was? Ey, Bruder! Bist du schon mal neun Stunden geflogen? Ja, das ist schon neun, wir fliegen jetzt nochmal elf. Ey, ey, was geht denn ab, Bro? Was geht denn ab, was geht denn ab? Brahmusik, Berlin lebt! Du weißt Bescheid! Was? 20-Jahres. 20-Jahres. Du Bratans, Bratinas, Batuchas! Bali! Bari! Bari! Ha 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 ha! Brahmusik, Berlinos, Bratans, Bratinas, Batuchas! Bari! 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 Bal! Bratans, Bratinas, Batuchas! Brahmusik, Berlinom, der Btd! Business Class! Kann ich nicht wieder arbeiten? Willi, was machst du? Keine Arbeiten auf jeden Fall, ne? Nein, ich hab noch nie gearbeitet. Jungs, was geht denn hier ab, Alter? Engi? Patrick, telefonierst du gerade geschäftlich oder was? Nein. Hey Ray, was geht bei dir? Türkische Filme gucken? Und wie ist es am Baum? Und mein Allianzpartner hier ist hier, was geht denn ab, Bro? Hey, hast du schon mal gehört, Galbaner niesen? Ach, sie... Hat sie an ohne, ne?